Auf der Seite, wot? Interessant. Da kommt jetzt nicht so viel aus. Gut. Jetzt hier wieder jumpen. Jump! Schön. So, jetzt sind wir auf der Seite, alles klar. Mist. Auf der Seite, haben wir noch einen Schalter, den ich gesehen habe, oder auch nicht, es könnte das gewesen sein. Hm. Hm. Wot? Okay. Nein, wir haben den gleichen Typen hier. Hör auf zu treffen hier, lass das. Okay, der hält weniger aus. Was soll das denn? Hm. Okay, aber sind da nur Tech-Pfeile? Ach, einmal kurz überprüfen. Uch. Okay. Hui. Ja, nur Tech-Pfeile, okay. Alles klar. Dann besser überprüfen, als unsicher weggehen. So. Okay. Okay. Tsalala, talala, he? Ach, okay, war das doch jetzt dafür? Für dieses Ding? Ist das jetzt auf? Ist das jetzt auf? Ach. Oh, das hat mich überrascht. Okay, es ist jetzt das drauf. Ansonsten keine Ahnung, was es geöffnet hat. Was anderes wüsste ich gerade nicht. Aber es war ein bisschen komisches Level-Design und Weg und so, doch nicht. Okay, was hat das dann geöffnet? Dieses Ding da offensichtlich nicht. Okay, was denn jetzt? Dieses Portal? Nee. Ähm, hier etwas. Was hat das geöffnet? Hier oben etwas. Äh. Hm. Okay, was? Äh. Da brennt beide, aber das ist nicht auf. Hä? Okay, was wurde da aufgemacht? Was wurde da aufgemacht? Das raufstellen muss ich nicht. Okay, das ist hier nur begrenzt. Oder wie? Oder sobald ich den Bereich verlasse. Hm. Ist es das? Hä? Oh, da muss ich mich beeilen. Ja, was? Hä? Was? Wieso ging das jetzt wieder? Warum? Okay, ich muss schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Hä? Was will ich verarschen? Wo können wir hier nicht auch noch so ein Knopf? Irgendwo? Hm. Egal. Ich lasse dieses Geheimnis da drüben. Hätte jetzt sein können, dass man hier... Irgendwo habe ich einen Knopf gesehen. Da unten irgendwo. Da drauf drücken. Dann schnell da rüber rennen. Und dann das da hingehen und so. Hm. Okay, noch einmal. So, drauf drücken. Und jetzt. Ja, was soll denn der Scheiß? Macht ihr denn Scheiß hier? Machen die das immer wieder zu? Oder was ist das jetzt hier? What the fuck? Was soll ich da nicht drauf drücken? Ist es das? Hä? Was willst du hier? So, jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Ach, warte mal. Wenn ich da drauf trete? Oder wie? Hm. Und es ist entweder, wenn ich da drauf trete oder nicht drauf trete. Entweder, oder? Hey, was zum Teufel? Was willst du hier? Okay, dann mal die Platten hier ablaufen. Vielleicht ist es das. Das wird dann nach oben gegangen. Hä? What the fuck? Okay, was willst du hier? Okay, was willst du hier? Okay, das ist eine dumme Stelle. Das ist echt eine dumme Stelle. Toll. Also, wenn ich das nicht gesehen hätte, dass es nach oben geht. Ich hätte vielleicht jetzt hier ewig rumgesucht. Oder es waren diese Säcke. Okay. Nee, nee, doch nicht. Das geht so schnell wieder zu. Toll. What the fuck? Okay, das ist eine Scheissstelle. Das ist echt beschissen. So. Na, warte. Die haben diesen Scheiss gebaut. Dafür, ja. Gibt es jetzt aufs Maul. Aufs Maul gibt es jetzt. Das hier sieht nach dem Finale aus. Schön. Das Finale. So. Ja, Leute. Ist noch ein Dino. Okay. Da gehen wir hoch irgendwie. Und da auch. Okay. Das ist die Frage, wie? Reicht nicht ganz. Okay. Ja, reicht es auch nicht ganz. Hm. Okay. Okay. Jetzt Daken, Sheila. Alles klar. Mhm. Tja. Nicht der Versuch. Du, 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 du. Du, du, du. Ah. Okay. Habt ihr's mal. Hm. Das machst du nicht. Okay. Was haben wir denn hier alles? Wir haben da noch so etwas. Wir haben hier und da noch etwas. Wir haben da noch etwas. Hm. Schön. Schön. Du, 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 du. So. Und das nächste Wasser. Hui. Schön. Wat? What the fuck? Toll. Okay. Hier spawnen auch Portale. Interessant. Ist da eine großartige Kuch. So. Tja, aber wie komme ich da hin? Tja. Hm. Du, 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 du. Ne, ne, ne. Okay. Na, warte. So. Autsch. Schatzgranatenhainier. So. So. Okay. Ja, da können wir ja ein bisschen hochgehen. Aber das bringt nichts. Bei weitem nichts. Okay. Netter Versuch. Du, 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 du. So. Das machst du nicht. Tja, ja. So. Oh. Ja, ernsthaft? Noch ein Rucksack. Ja, jetzt scheißen die hier mit Rucksäcken. Ganz toll. So. Na, warte. So. So. Du, du, du. Okay. Wildschwein. Lass ihn mal da. So. Ja, okay. Willst du sterben? Na, komm her. War da wer? Okay. Schade. Wer rettet die denn immer? Ja, wer ist denn da? Achso. Okay. Du, 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 du. Hm. Ja, so viele Wege. Okay, da können wir hoch. Und hier sind wir durch. Einmal rundherum. Alles klar. Da ist noch eine Höhle. Gut. Erstmal hier hoch. Schön. Oh, wat? Oh, shit. Ja, nicht der Hinterhalt. Das fährt nicht. Ah, Mann. Ich freue mich immer auf einen Minigun, aber dann ist es nicht. Das sieht echt wie ein Minigun aus auf den ersten Blick, aber ist es nicht. Verdammt. Das ist jetzt meine Leidensgeschichte. Ich und die ewige Suche nach einem Minigun. What? So. Und du, halt das Maul. Hm, okay. Ja, dann tschüss. Hm. Aha. Ja, was? Die haben sich durchgeglitscht. Das habe ich gesehen. Ich will auch durchglitschen. Oder nein, lieber doch nicht. Aber da vorne noch so einiges zu untersuchen. Auch hätte man so vielleicht da hingehen können bei dem Minigun. Einfach durchglitschen. Hätte ich versuchen sollen. Trotz, jetzt mal hier hin. Hui. So, geht weg. Okay, ouch. Da gehen wir hin. Okay. Okay, jetzt nichts mehr. Tschüss. Wow, das war alles. Toll. So, eine Verschwendung. Hm. Tschüss. Oh, what? Das macht so nöcht. Hm. Na, stirb. Okay, da vorne ist noch etwas. Da könnten wir hingehen mit einem Teleporter. Wo ist der Teleporter? Was ist die Frage? Wo ist der? Wo ist der Teleporter? Wo ist der Teleporter? Toll. Toll. Oder warten die Entwickler, dass man hier alle 10 Meter stirbt? Hm. Ja gut, auf schwer und so ist schon gut möglich, aber jetzt hier auf normal nicht. So. Okay. Hm. Schalte da, okay. Es bleibt alles. So. Okay. Ah, der Sand. So, so. Dafür ist es da. Diese Dinger. Der Sand. Ah, okay. Jetzt ergeben die einen Sinn. Hm. So. Hm. Und tap. Gut. Wir haben es bald geschafft. Bald sind wir da. Hui. 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 Geht auch noch ein bisschen. Hatatata. Nee, nee. Kein zweites Mal. Kein zweites Mal. So. Noch einer. Hui. So. Ah, netter Versuch. So. Das ist noch eins. Okay. Wow. Was war denn das? Ja, das hätte ich auch echt gerne. Diese Alienwaffe. Was der verwendet. Uh. Cool. Hm, hm. Der Turak Nummer 8. Es gibt jetzt auch so viele. So viele Turaks. Ja, komm mal her. So, und tschüss. Okay. Gibt es noch so viele Wege? Hm. Da vorne habe ich noch was einzusammeln. Hier ist ein Knopf. Äh. Äh, was hat der gemacht? Ach, wahrscheinlich bei der Höhle. Das hat der geöffnet. Okay. Okay. Alles klar. Kann ich nicht den Baum hoch? Schade. Hm. Wir gehen da vorne und geht es wohl weiter. Hier drüben. Okay. Gut. Lutsch einmal speichern. So. Da unten. Und einmal hier. Und hier noch. Und da oben. Klatsch. Na schön. Zwei Wege. Einmal da unten. Und einmal den Lutsch da drüben. Das will ich mir jetzt mal holen. Okay. Okay. Da ist noch Munition. Alles klar. Hm. Ähm. Okay. Jetzt ist mir da. Ahoy. Na shit. Verdammt. Äh. Wo war der Weg jetzt nochmal? Da war die Höhle. Moment. Moment. Ich glaube das war hier hoch. Hier hoch. Und dann hier runter. Irgendwo. Dahin. War das da? Äh. Ja genau. Das muss halt hier nochmal alles rundherum. Oder ich lade nach. Geht das? Ja geil. Perfekt. Sagen wir das tun. Falls wir runterfallen müssen wir nicht alles nochmal. Jumping ranen. Bis da vorne hin. Mhm. Ja ein bisschen leichter machen hier. Was ist das denn für ein Geräusch? Huah. Verdammt. Toll. Aber die Musik. Gibt Motivation zum weitermachen. Zum durchhalten. Irgendwann schaffen wir es. So. Okay. Das ist überhaupt der offizielle Weg. Ja gut. Was anderes kann man euch nicht vorstellen. Kann ich einfach nicht. Und ist es auch nicht. Oh jetzt erst einmal hier. Huah. Geil. Wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt trotzdem jumpen ranen. Aber wenigstens nicht ständig. Äh nochmal sinnlos. Okay. Nicht gut warten. Die Höhle zuerst. So. Hätte ich jetzt was vergessen. So. Vision im Minigun. Es wäre schön. Schöne. So. Nimm das. Geheimnis. Bereich. Schön. Ja. Perfekt. Ein Ultraleben. Alles klar. Oh. Nice. Geiler Teleport. Perfekt. Vielen Dank. So. Und das muss gespeichert werden. Gut. So. Äh klar. Moment. Okay. Hui. Hui. Und hui. Und fast. Hui. Runterfallen. Ne. Das werde ich nicht. Okay. Konzentration. Konzentration. Okay. Ah. Ernsthaft. Na gut. Ich gehe jetzt nur einen Weg. Mhm. Ich glaube es nicht, Torak. Geh weg. Puh. Okay. So. Nicht stören hier. Schnauze. Ich muss mich konzentrieren. Es sind keine leichten Sprünge hier. Puh. Okay. Was ist denn da unten? Was ist denn da unten? Aha. Okay. Hm. Was ist denn da? Das kann ich ja ganz leicht abkürzen. Was ist denn hier? Okay. So. Schon abgekürzt. Du machst das. Oh nice. Haha. Ich habe auch abgekürzt. Ich habe auch alle abgekürzt hier. Haha. So. Schön. Du du du. Ein extra Leben brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Wir haben da schon neun Turoks. Wir haben jetzt alle Schlüssel. Nein. Es fehlt noch ein Schlüssel. Was? Was? Ein Schlüssel fehlt. Äh. Äh. Ja shit. Okay. Vorher habe ich da einen Schlüssel nicht gesehen. Nicht entdeckt. Wo? Oh. Und jetzt muss ich ja zurück. Hm. Das war knapp. Nein. Keine Legs jetzt. Lass das. Lass das jetzt. Das war anstrengend. So. Okay. Ach. Und. Geschafft. Okay. Ähm. Okay. Wo? Wo? Hm. Wo habe ich da? Das nicht mitgenommen. Hm. Jetzt geht die große Suche los. Wo könnte das sein? Ich bin doch doch hier bei der Höhle. Dass hier mehr war. So. Da ist kein Schalter. Okay. So. Okay. Hm. Was genau sollte denn hier sein? So. Das ist hier was Spezielles. Äh. Hier ist irgendwie nichts. Toll. Hm. Wo habe ich das übersehen? Noch weiter hinten. Ach ne. Jetzt kommt dieser Scheiß. Okay. Aber ich habe da keinen Schlüssel gesehen. Verdammt. Hä. Ja wo? Puh. Der einzige Weg den ich bis jetzt nicht geöffnet habe ist noch dieses Ding da vorne. Aber es ist wirklich da drin. Und wenn ja wie soll ich das öffnen? Ich habe keinen. Keinen Plan. Ich habe da überhaupt keinen Plan. Ah hier war der. Den habe ich ja gedrückt. Hm. Okay. Den kann ich nicht anzeigen lassen. Verdammt. Hm. Sonnenmist. Was sind der hier? Wirklich? Oder noch verarschen? Hm. Oder vielleicht hier unten? Hm. Habe ich denn in diesem Bereich nicht eingesammelt? Hm. Es wäre schön zu wissen wo wenigstens der Schlüssel ungefähr wäre. In welchem Bereich. Das wäre echt schön zu wissen. Den da hätten wir. Okay. Hm. Das heißt hier kann der nicht sein. In diesem Bereich. Okay. 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 Wo war denn der erste Schlüssel? Dann habe ich auch vergessen wo der war. Okay. Der war da unten. Stimmt. Hm. Na toll. Äh. Äh. Na gut. Da müsste er eigentlich im Endbereich sein. Der letzte Schlüssel. Rein theoretisch. So. So rein logisch betrachtet. Denn in diesem Bereich müssen wir das auch schon gesammelt haben. Irgendwo. Wo? Hm. Ähm. Ach ne. Hier war der ganze Anfang. Okay. Okay. Hier ist ein Levelbeginn. Alles klar. Hm. Verdammt. Wo zum Teufel? Hm. Okay. Hm. Das ist ja großartig. Okay. Ich gehe gerade die Map nochmal im Kopf durch. Hm. Hm. Gut. Ich habe noch eine Ahnung wo ich noch suchen könnte. Ah mal kurz überprüfen. Na gut. Ich war ja nachher eh neu. Also ich lade. So. Sobald ich den Stein mal gefunden habe. Hm. Also hier ist es definitiv nicht. Ich habe noch nicht gedacht. Ähm. Hm. Ja. Meine Vermutung wäre jetzt auch noch äh. Da links. Äh. Vielleicht da übersehen. Das ist ja gerade spannend. Mensch. Die grosse Schlüsselsteinsuche. Ja. Und ich befürchte auch es ist äh. Der Schlüsselstein für das nächste Level. Ist ja dann doppelblöd. Hm. Schön. Okay. Okay. Okay ist es dann wohl doch nicht. Ähm. Oh. Okay. Hm. Oh Gott. Ich suche es noch ein bisschen rum und. Oh Gott. Ich schätze ich mache das offline. Eine grosse Suche. Entweder so ein bisschen suchen. Und was ich nicht finde. Muss ich dann äh. Nachschauen. Wo der ist. Der letzte. Okay. Bis gleich. Ich habe gerade das hier entdeckt. Ich habe gerade das hier entdeckt. Diese Kletterwand hier. What the fuck. Ist das hier die beschissene Lösung? Ernsthaft? Oh shit. Ah ne 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 ne. Stopp stopp stopp. Ne 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 ne. Na toll. Ich glaube das war die beschissene Lösung. Okay. Ich sehe schon. Toll. Aber ich habe jetzt wohl nicht entdeckt. Weil ich da abgekürzt habe. Das war die Strafe dafür. Ja. Toll. So. Hm. Das da müsste dann hier das Ding sein. Der letzte Schlüssel. Stein. So. Der muss da sein. Ja. Was ist denn für ein Scheiß? Hm. So. Also das nochmal einsammeln. So. Ich habe jetzt hier nochmal alles abgesucht. So. Ich habe irgendwie nichts gefunden. Dann habe ich gedacht. Okay. Wir haben den Schlüsselstein 1 und 2 da und da gefunden. Dann muss der Schlüsselstein Nummer 3. eigentlich nur noch hier in diesem Bereich sein. Dann habe ich da hinten alles nochmal abgesucht. Alles durchgelatscht. Und dann nochmal hier hin. Und jetzt habe ich das da entdeckt. Ach. Shit. Okay. Wir müssen da runter und dann so hin. Was für ein Scheiß. Ja. Wie soll man darauf kommen? Toll. So ein unnötiger Bullshit. Wir müssen auf die aufpassen. Ach. So. Halt's Maul und stirb schneller. So. Gut. Hast du schön ausgekackt. So. Hm. Na los, stirb schneller. Okay. 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 Wir kommen weiter. Und genau das habe ich auch gesagt, als ich diese Kletterwand gesehen habe. Genau das sage ich weg. Genau das sage ich weg. Was? Krono-Zepter-Teile. Okay. Toll. Ähm. Und ich habe gleich gedacht, wir hätten es. Das war nur für so ein Teil. Oh gut. Das war echt nicht schlecht. Aber. Hä? 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 Aber ich habe da hinten alles abgesucht. Wo zum Teufel ist denn der? Okay. Es muss irgendwo da hinten sein. Na toll, ist auch mal alles zurück. Nochmal alles zurück. Puh. Verdammt. Wacht, hier noch eine Kletterwand irgendwo. Muss jetzt auch mal da Ausschau halten auf Kletterwände. Vielleicht habe ich so etwas übersehen. So eine Kletterwand. Denn die kann man leicht übersehen. Oder vergessen eher. Dass die existieren. So. Ist ja bei mir der Fall, dass ich sie vergesse. Hey, jetzt mal speichern. Huxi. Hä? Ich habe hier alles abgesucht. Wacht zum Teufel. Und danach muss ich den Aufnahmepasse machen. So. Puh. Hm. Okay. Oder vielleicht hier in der Mitte. Aber ich kann es hier in der Mitte übersehen. Weil ich ja nach links und nach rechts gegangen bin. Anstatt geradeaus. Ist es das? Nein, ist es nicht. Hm. Wacht zum Teufel ist der letzte Schlüsselstein. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Ist das sonst auch kein Weg mehr? Da geht es noch hier hin. Hä? Okay, ich muss wohl ein Video anschauen. Ich muss schauen, wo es da weiter geht. Denn ich habe echt keinen Plan. Ich bin jetzt hier noch mal alles abgegangen. Aber irgendwie. Gut, ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Und sehen uns dann bei diesem Spielstand da drüben. Ich muss jetzt hier nachschauen, wo das ist. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschau. So. Hehehe. Hahaha. Hahaha. Ah. Okay, ist richtig. So. Wir kommen zurück zu Turok. Ich habe vergessen, wo ich zuletzt gespeichert habe. Da. Bei diesem vielen Speicherslots. Und muss jetzt mal nachschauen. Naja. Also schön hier wieder zurück zu sein. Nach so langer Zeit. Ich glaube, es hat eine längere Pause als sonst. Aber naja. Tschau. Und wegen dem Schlüsselstein. Ja, da fühle ich mich verarscht. Toll. Ja, das Spiel kann einen echt verarschen. Denn ich weiß jetzt wo der letzte Schlüsselstein ist. Und zwar dieses Portal da vorne. Ist nicht wie sonst immer ein Levelend-Mortal. Sondern da geht es weiter. Na shit. Okay, ist doch vorbei. Tschüss. Das war's mit Turok. Jetzt ist er tot. Na, ne. Stopp. 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 So, ich will den Rucksack behalten. Den will ich behalten. Und die Munition dazu. So. Ja, da vorne geht es weiter. Naja. Nächstes Mal dann. Merken. So. Einfach hindurch gehen. So. Gut. Hab Lektion gelernt. Ah, so ein Scheiß. Oh. Okay, das heißt. Ach stimmt. Das habe ich nicht gespeichert. Okay, dann muss ich da vorne das Zepte nochmal einsammeln. Na schön. Ah, so ein Shit. Egal. So, das lasse ich jetzt mal hier aus. Puh. Ha. Und ho. Okay, wir müssen jetzt da runter. Da vorne ist das Ding noch. Habe es so noch in Erinnerung. Okay. Hatte gerade lag. Aber jetzt ist es vorbei. Ist es vorbei. Gut. Puh. So. Na, aber das Problem ist jetzt dabei. Dass ich mich gespoilert habe. Was da erwartet uns. Und. Ich. Was uns da erwartet. Tja. Na, ist scheiße. Kann man ja nicht mal Leute runter. Haben wir das doch eingesammelt. Da kamen doch Leute runter, oder nicht? Huah. Oh ja, das war schön. Das Klettergeräusch habe ich vergessen. Okay, hier war ich schon. Toll. Wo bringt uns das? Direkt hier. Na, geht's auch gut. Na ja. Na ja. Na ja und na ja und. Dann los geht's. Gehen wir jetzt mal hier durch. Toll. Das war ja eine schöne Zeitverschwendung. Richtig schön. Tja, und jetzt kommt hier. Bosskampf. Ich weiß ja zwar was kommt, aber nicht was er drauf hat und so. Hab dann da schnell aufgehört. Oder ne, ein bisschen weiter vorgespult. So rum. Okay. Das heisst, ich nehme dann lieber das hier. Kontrollpunkt. Na, wo ist er denn? Okay, das ist auch noch so ein Typ. Ah genau, der Boss. Jetzt ist Boss-Time. Boss-Time. So. Aber nur dieses Auto da gesehen. What the shit. Ja, what the shit. Puh. Was bist du denn für einer? Autsch. So, nimm das, 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 das. Wer bist du? Okay, der wird beschützt. Ja, wenn ich grüße und gasto recht. Das ist das Kacke-Auto. So ist der. Das war das Auto. Das war ja mega easy. Jetzt bist du dran, nicht? Was denn jetzt? Okay. Ah danke. Soll ich ja Messer? Dann mache ich halt Messer. Komm her, komm her, ich Messer durch. Was auch immer du für ein Typ bist. Ich Messer durch. So, wieso bin ich so klein? Was soll das denn? Wieso bin ich so klein? Ich kann mich auch da auf einen Schritt. Ich Messer durch überall. So, wir sind da auf Schuhe. Wir sind da auf Fuss. Okay, der hat ja viele Messer. Ach ernsthaft? Noch so einer. Noch so einer. So, schnell da hinlaufen. Ja, aber nicht überfahren lassen. So, du Scheiß-Gitar-Spieler. So, das hast du. Jetzt können wir hier GTA-Spieler verschießen. Geil. Nimm das. Oh, was ist das denn? Autsch, Autsch, Autsch. Kommst du jetzt? Jetzt kommt der hoch. Ja, schön. Na, warte. Hey. Na, wieso ein ganz toller? Darf ich seine Waffe haben? Ich will seine Waffe. Okay, das war der Boss. Na, und da ist der letzte Schlüsselstein. Toll. Okay. Was ist das denn für ein Typ? War das auch so ein... War das ein Rivale? Ein Dinosaur-Hunter? Genauso wie ich. Ein Pulsgewehr. Hm, was kann der? Uh, nice. Das ist ja schick. So, jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Munition. Sammeln. Naja. Rivale tot. Spiel vorbei. Können nach Hause gehen. So. Aber gut, nee, das will ich nicht. Ich will weitermachen. Haben gerade jetzt neu angefangen. Okay, das ist voll. Na, schön. Schli, Schla, Schlüssel, Stein. Und was ist denn da vorne? Was ist das denn? Ah, Energiezelle. Okay. Interessant. Schön, schön. Noch mehr Munition. Ja, geil. Nehm ich ja gerne mit. Und wo ist denn das hier? Das ist Nummer 7. Okay. Alles klar. So, dann. Mitgenommen. Level 5. Geil. Können endlich weitermachen. Felu. nton. Bis zum nächsten Mal.